Jo Freunde und was geht denn heute mal wieder mit einem neuen Video hier auf meinem Kanal und ja heute einfach mal wieder der Runde Survivor Games und ja einfach heute mal mit ein paar Freunden von mir und ja würde mich sehr freuen über ein Like da gehen wir schon mal wieder rein, bevor alles gleich Okay, wir sind hier in der Luft und es ist gar nicht gut anscheinend und es kommen gerade Also Leute, ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, ab und da lassen und ja, schauen wir mal wie die Runde so läuft Ähm, hier geht's gleich los Anscheinend sind die Truhen doch hier so farbig Ach, fucking nicht Ich ging gleich auf, Leute Okay Oh mein Gott Boxhauptes Jahrhundert Ich hoffe, wir kommen den down Oh mein Gott, fucking Gott Seit wann gibt's hier Barcliffe auf dem Server? Ich bin so down Ja Okay, den haben wir doch schön bekommen Und Und Essen, genau Essen ist jetzt einfach so wichtig Komm gut Essen, genau, Leute, es ist ein Blitzko-Party Bläh Ich könnte auf jeden Fall das ganze Zeit uns Und Und Ja, wir haben einen Mop-Spieler zu mir Ich bin eigentlich zu den Besten Und jetzt hat eigentlich Du hast ein Binnennetz Ach, guck Du sagst Niemand hat den Binnennetz Das ist ein Mop-Mop Okay, Leute Schauen wir mal hier nach oben Ob das Spiel hier sich irgendwo rumtut Genau, hier ist auch eine Truhe War wohl noch nicht Genau, Tinti hier unten Und Ja, auf jeden Fall Like da lassen Willst du hier mehr von Survivor gehen? Sehen wir, das läuft hier schon Ein bisschen spannend los Jetzt haben wir Leute auf jeden Fall So mehr ist bei den ganzen Truhen hier Hallo Oh ja, hier gibt es Was ist hier drunter überhaupt? Ach, fuck, Leute Wo sind sie jetzt hier eingesperrt? Oder? Oh nein, doch nicht, Leute Und Ja Auf jeden Fall Wir hacken mal noch Also ja Ah ja Hier ist noch eine Truhe zum Beispiel Die Ich hab das nicht Nehmen Das ist die Weltbaustelle Jetzt hab ich mal gefragt Wo das sein soll Ja Okay 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 Der Typ ist schon Einmäßig Das ist ja nicht Können wir stecken Also ich hätte Und ich hab' die Küche In meiner Runde Okay Nein Was ist das gefallen? Oh mein. Leute, die haben das TNT. Ich finde keine Waffen. Dann ist das eine größere Waffen rund hier drin. Und ja, wenn ihr mehr davon sehen wollt, das ist halt eben auch so schwer, hier irgendwie hinzukommen, weil ich jetzt so wenig Leute auf den Server habe. Und jetzt findet man sich keine Waffen. Leute, die haben ihn. Die haben ihn, Leute. Leute, der war das jetzt halt irgendwie. Die haben ihn, Leute. Vielen Dank. Okay, cool. Den haben wir schon mal abgestaubt. Oh ja, stimmt. Wir haben die Runde sogar gewonnen. Zauber, Leute. Wir haben die Runde gewonnen, gewonnen. Leute, das war es. Das war es dann eigentlich schon wieder mit dem Video. Lasst den Like da und dann eigentlich tschau. Das war es dann. re